Moin! In diesem Video mache ich mit euch einen leckeren Südstaateneintopf. Der ist mit super viel Gemüse, zum Beispiel mit Hokkaido-Kürbis und ganz USA-typisch ist er mit einem guten Schluck Cola zubereitet. Das ist auf jeden Fall spannend. Also viel Spaß beim Nachkochen und jetzt beim Videoshauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.